hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der young ja ihr lieben in der letzten folge waren wir beim haus am see haben ein hundeschlüsse bekommen müssen auf jeden fall noch das vergiftete essen machen und hier ist eine tür nice würde ich mal sagen da ist eine eule 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 den schlagstock nehme ich mal noch ein bisschen in die hand irgendwas hier hinter sieht glaube ich nicht danach aus könnte aber so aussehen warte mal jetzt muss ich mal kurz gucken wo ich lang muss da da müssen wir hoch ich verstehe den sprung müsste sie schaffen und das vergiftete essen wir brauchen vielleicht einfach nur rattengift brauchen wir sowieso sich nicht schon rattengift eingesammelt oder irgendwas war im haus und ich war wieder zu voreilig könnte auch möglich sein ich will da nicht rüber springen aber es schreit schon förmlich danach geronimo geronimo Bei den Hund rein, den wir vergiften sollen. Oh, oh, sehr schön. Jetzt können wir gucken, ob wir Rattengift haben. Das Messer können wir rüberpacken. Nee, wir haben nur bisschen Bier. Vom Essen packen wir auch noch mal rüber. Schnellreise müssen wir momentan auch nicht machen. Auch ein Rattengift. Ich hoffe, da ist nichts drin gewesen. Dave und Jennifer. Safe, Sir. Wir haben den Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel, ja. Nicht so einen. Das Cam. Ja, genau. Das Ding müssen wir auch noch suchen. Das sollten wir vielleicht auch suchen, bevor wir weitermarschieren. Ich bin irgendwie immer ein bisschen zu feuerlich. Escape. Links. Gut, darüber müssen wir mehr finden. Das hatten wir alles gemacht. Der Schlüssel könnte auch für das Gate sein. Wir könnten hin teleportieren. Lass uns mal das ausprobieren. Wir machen mal eine Schnellreise zum Tor. Ah, guck mal, hier hätten wir wirklich zuerst hingehen sollen. Die Coastal Tower. Ja, doch, doch, doch. Das ist richtig. Und nochmal ins Blumenbeet müssen wir. Ja, ins Blumenbeet. Ich will da eigentlich nicht hin. So, das Tor. Wir schauen mal. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Ach, Moment mal. Das ist ein Stielkopf. Kein Hundekopf. Jetzt war ich woanders. Das ist doch... Ja, Stielkopf. Ich bin da irgendwie mitten... Habe ich das nicht schon... Ähm, gut, das war es wohl nicht. Ähm... Ähm... Jetzt wollte ich nicht, ich wollte eigentlich mal die Karte anschauen. Bisschen größer natürlich. Gut, ich dachte, dass mit dem... Kohlenschlüssel wäre ein Hundeschlüssel. Deswegen... Verwechselt. Ist hier nicht noch irgendwas zum Schlürfen? War hier nicht eine Wasserquelle? Nepp. Aber da war eine Wasserquelle. Da. Sehr schön. Dann würde ich immer sagen, wir fahren... Wir switchen nochmal zum... Zu der Mainer Farm. Vielleicht kommen wir da zu den anderen Ebenen, die wir noch suchen müssen. So, lass mal gucken. Da. Da will ich hin. Das ist nämlich gleich in der Nähe. Autsch. Dann hätten wir schon mal die To-Do-Liste hier fertig. Dann können wir uns um die anderen Dinger kümmern. Und ich würde sagen, wir marschieren... Eine Runde rum wäre zu hart. Wir laufen da hoch. Da komme ich irgendwann noch einen Feier und Bogen. Ich hoffe zumindest. So, ich marschiere hier hoch, weil ich glaube, hier unten war ein Hund. Das letzte Mal sind wir ja komplett da sofort abgebogen. Ja, da ist ein Hund. Und wir marschieren... Da lang. Und ich glaube, ich marschiere gerade komplett doof. Oder vielleicht auch nicht. Na, Schaf? Mäh. Ein dickes, fettes Wildschwein. Ja, ich würde zum grünen Dings. Und der Hoffnung, dass jetzt keine Wawas kommt. Und uns wegkapsen will. Groß, hässlich. Und dick. Sehr lieb. Sehr lieb. Uh. Ähm. Ich geh mal hier lang. Ich geh mal hier lang. Und wir haben... Jennifer! Jennifer! Nein, nein, nein! Was haben sie mit dir getan? Deine Mutter hat mir gesagt, dass ich dich umgekehrt habe. Ähm, sie hat auch zum Teil bekommen. Sie war hier. Wir haben Jennifer. Hätte das sein können. Da kam die liebe Jennifer leider nicht besonders weit. Komm her. Ich habe Schuhe eingesammelt. Ha, 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 ha. Ähm. Ähm. Moment. So. Ich würde gerne hier das da hinpacken. Ich habe Schuhe. Ich habe Schuhe. Bin ich jetzt schneller? Und ich werde eine Runde... Genau. Ja, tut mir leid, Jenny. Aber danke für deine Items. Besser gesagt, deine Schuhe. Besser gesagt, deine Schuhe. Hm. Scheine ich, glaube ich, nicht hochzukommen. Aber hier kommen wir doch garantiert weiter. Da können wir hoch springen. Komme ich hier raus? Ich glaube, auf der anderen Seite der Macht. Wir gehen aber erstmal nach oben und gucken uns da um. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Auf jeden Fall da nach oben. Da hätten wir alle Locations, die wir finden müssen. Ein Speicherpunkt wäre es schön. Oh, Gott. Oh. Okay. Wartet. Was ist das? Belladonna? Mit Belladonna können wir machen. Äh, haben wir eingesimmert? Können wir machen. Ähm. Hier. Ich glaube, ich muss hier runter. Oh Gott. Hier werde ich erstmal nicht runter gehen. Ich werde hier lang laufen. Das ist nämlich der Weg. Belladonna, du kommst mit. Geht sie lang? Oh, nice. Nein, keine Sorge, du läufst nicht in den Kreis. Ich habe immer schön die Karte im Auge. Ich glaube, ich will hier noch nicht runter. Wir können zwar rüberspringen, aber ich will hier lang. Hier müssen wir auch lang. Ziege, zeigt uns den Weg. Ziege, 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 Ziege. Schwein. Da ist Musik. Gut, wir speichern... Gute Frage, nächste war Frage, worauf speichern wir? Einfach was Neues. Oh, ist das so? Ähm, ist irgendwie rein? Oh, da oben ist eine Schnauze. Schnellreise. Ja, nein, doch nicht. Ich dachte... Verdammt, ich will da irgendwie rein. Warum auch immer. Den Mountain Pass brauchen wir. Ah, sehr schön. Das packen wir auch erst mal rüber. Nein, 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 du kommst schon mit. Gut, zurück, zurück. Das haben wir auch schon mal gefunden. Ich schau mal schnell mit euch noch hier lang. Ich war so übermütig. Ich wollte es einfach nur schaffen. Verdammt. Oh, wartet mal, ich sehe da eine Kiste. Da steht noch eine Kiste. Oh, wartet, 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 wartet. Das will ich jetzt noch. Das will ich jetzt noch machen. Wenn da wirklich eine Kiste steht. Es stand da eine Kiste. Alles klar. Dann probiere ich das gleich nochmal. Wenn ich sterben sollte, dann ist es nun mal so. Wo laufe ich jetzt noch hier lang? Da kann man sich irgendwie nicht entscheiden, wo man lang gehen möchte. Da kann man sich echt nicht entscheiden. Dein Wort mit X, das war wohl nix. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen... Oh, wartet mal. Lass mich nochmal da gucken. Da wollten wir eigentlich rüberspringen. Das ist nichts. Alles klar, das ist der Weg, den wir gerade gehen wollten. Oh, sie hat den Knopf noch genommen. Himmel, Arsch und Wolkenbuch. Sie hat den Knopf noch genommen. So, das ist der Weg. Gott, das ist der Weg. Er ist der Weg. Das ist der Weg. Also, das ist der Weg. Gute Lieben, dann würde ich sagen, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich jedenfalls für's Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!